Gehts? Gehen wir noch rein? Der Film. Hot Pepper. Sufer Chili. Hallo, ich bin Julio Mukorne. Heute führe ich einen verrückten Stand-Off. Heute werde ich dieses Chili Pepper, dieses würde ich trinken, dann ein Glas Wasser dazu. Hausgemacht. Boah, jetzt wird's euch. Jetzt brinnt's. Brennt's, ey? Da war's Ärger, wenn ich keine Wasser trinken hätte. Das war ein verrückter Stand von mir. Nicht zum nächsten Mal. Oh Gott.